So, da sind wir auch schon wieder bei der nächsten Aufgabe, nämlich suche das versteckte T im Ladebildschirm Dock Deal. Den Ladebildschirm bekommt ihr, sobald ihr alle Aufgaben fertig habt, bzw. 8 Ziele fertig habt. Dann bekommt ihr diesen Ladebildschirm. Ich würde sagen, wir gehen auch direkt mal rein. Wir machen das Ganze mal solo, weil da ist eigentlich ganz gut wegen der Flugroute, das müsste eigentlich passen. Dann zeige ich euch direkt, wo ihr den Buchstaben finden könnt. Und dann, natürlich, ihr habt es wahrscheinlich im Titel schon gelesen, ihr wollt natürlich einen Skill haben. Kann ich vollkommen verstehen, um Gottes Willen. Es wäre nur nett, gerne ein Abo dalassen, von mir auch gerne ein Like dalassen, schreibt von mir auch gerne was Nettes in die Kommentare. Aber das Allerwichtigste, seit morgen um 18 bis 19 Uhr live im Livestream. Weil da verlose ich den Skin dann an alle. Wichtig ist auch, dass du mir bitte eine Freundesanfrage schickst an yt-familyag, damit ich dir den Skin nämlich schon direkt geben kann und wir uns nicht noch ewig suchen müssen. Weil die Freundesliste von mir wird langsam immer länger. Ich bin jetzt bei 200 nämlich schon. So, dann müssen wir zu den Docks. Weil wenn ihr aufgepasst habt im Ladebildschirm, müssen wir nämlich genau dahin. Das ist auch dann eigentlich noch die leichteste Aufgabe, die wir jetzt noch haben. Danach kommen nämlich die ganzen Explosionsgeschichten. Deshalb wollte ich die in dem Schirrchen hochladen, weil bei dem anderen werde ich wahrscheinlich ein bisschen länger rumhängen als gewohnt. Und wie gesagt, wenn du auch ein Skin gewinnen willst, gerne ein Abo dalassen und halt morgen im Livestream dabei sein. So, wenn ich dir natürlich schon öfters helfen konnte, dann natürlich auch. Wird ja langsam da mal Zeit. Wie gesagt, ich lade halt immer jede Aufgabe hoch, von jeder Mission, von jedem Event und halt was sonst so ein bisschen ansteht. So, genau da zwischen, auf die Plattform müssen wir nämlich. Da wo die zwei Kräne stehen. Da ist eigentlich auch ein guter Ort, wenn ihr die Kisten noch nicht gemacht habt. Aber ich denke mir, ihr habt es schon gemacht, sonst wärt ihr nicht schon bei der Aufgabe hier. Jetzt muss ich nur gucken. Ich glaube, von vorne gesehen rechts war der Buchstabe. Na, sieht man schon. Ah, da ist er. So, einmal fürs Thumbmail. Warte, einmal so. Und zack. So, dann würde ich sagen, war es das eigentlich schon wieder fast mit dem Video. Und wie gesagt, wenn ich dir helfen konnte, gerne mal ein Abo dalassen. Kostet dich nichts. Und in dem Sinne würde ich auch schon sagen, haut rein. Und viel Spaß mit den zwei letzten nervigen Aufgaben mit dem Explosionsschaden. Aber ich denke mir, das kriegen wir schon irgendwie auf die Kette. Und in dem Sinne, haut rein. Hey, warum, Kusch? Kusch. Kusch.